Das Kärntner Technologieunternehmen Flex International wurde 1970 gegründet und beschäftigt mehr als 200.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Nachhaltiges wirtschaftliches Handeln ist für Flex Althofen sehr wichtig. Das Produktionszentrum in Althofen mit 700 Mitarbeitern gilt als Kompetenzzentrum für innovative Hightech-Lösungen für elektronische Baugruppen und elektromechanische Geräte. Ein Highlight ist unser 1 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerk, das wir feierlich kürzlich eröffnet haben. Es erzeugt einen sauberen Strom für 350 Haushalte, also es sind 4000 Paneele. Und das Schöne daran ist, dass sich unsere Mitarbeiter beteiligen konnten, das heißt sie bekommen garantiert für 13 Jahre 3,2% Zinsen. Wir sind an die Fernwärme angeschlossen und konnten so 80 Tonnen CO2-Ausstoß reduzieren. Unser Warmwasser bereiten wir mit der Abwärme unserer Luftkompressoren auf, also 0 Kilowatt für Warmwasser. Wir haben Fahrgemeinschaften für unsere Mitarbeiter, die reservierte Parkplätze haben. Wir haben E-Tankstellen hier am Gelände. Unsere Robotrasenmäher werden schon seit Jahren mit sauberer Photovoltaik-Energie angetrieben. Aber auch interessant ist die 2000 Quadratmeter Blumenwiese, die wir installiert haben. Und auch unsere fleißigen Bienen, die für uns auch den Honig liefern. Die Industrie hat in der Vergangenheit immer einen negativen Touch bezüglich Umwelt gehabt. Das aber nicht stimmt und wir sind, glaube ich, der beste Beweis, dass wir sehr viel investiert haben und zeigen, dass die Industrie auch sauber und nachhaltig wirtschaften kann.